Hallo bei musikmacher.de, der Nikolaj hier von der NEM Show 2013. Wir sind bei Roland mit dem neuen Roland Digital Piano HPI 50. Das seht ihr hier, Supernatural Sounds, kennt ihr von Roland. Die gute Tastatur mit dem Ivory Feel Keyboard. Besonderheit bei dem Modell ist dieses schöne Display hier, das ihr hier seht. Da könnt ihr verschiedene Programme zum Lernen aufrufen. Es gibt Musikspiele da drin, ihr habt Begleitrhythmen drin. Und das Ganze wird im Handel sein ungefähr im März so knapp unter 3600 Euro. Vielen Dank.